Okay, Jalal, hast du Bock, Baba zu nerven? Wir müssen Baba die ganze Zeit ignorieren und einfach nur die ganze Zeit zocken. Wer als erstes das schafft, okay? Wer am längsten schafft, der kriegt 100 Euro. Hey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Oh, es ist richtig laut. Aber auf jeden Fall, wir werden jetzt die ganze Zeit zocken bzw. Baba ignorieren. Und wer als erstes verliert, der muss den anderen 100 Euro geben. Ich würde sagen, wir gucken einfach die ganze Zeit pifern und Baba wird dann locker irgendwann sagen, ey, reden wir hier oder keine Ahnung, wir reden, wir antworten nicht. Oder irgendwie, er will den Fernseher gucken und wir antworten nicht. Oder er ruft uns und wir antworten auch nicht. Okay, die ganze Zeit ignorieren. Ich würde sagen, Leute, lasst ein Abo auf dem Kanal da, Leute, ab jetzt kommen regelmäßig Videos, auch ab Januar, also Dezember mache ich jetzt jeden Tag eins, aber Leute, ab Januar kommt zweimal in der Woche, Mittwoch und Sonntag pünktlich um 18.30 Uhr ein YouTube-Video. Deswegen lasst ein Abo da, folgern Sie auf Instagram, Freunde. Und wir grüßen jetzt wieder drei Personen, die die Glocke aktiviert haben, mir auf Instagram ein Bild geschickt haben, dass sie die Glocke aktiviert haben. Wie laut ist diese FIFA-Musik? Auf jeden Fall, Freunde, wir grüßen einmal Jana. Was geht ab? Ich grüße dich, Sarah. Und wir grüßen einmal Nina. Was geht ab? Ich würde sagen, let's go, geht los. Okay, Leute, wir zocken jetzt erstmal eine Partie FIFA. Also, Freunde, ihr seht schon, aktuell ist hier gerade keiner, aber es wird sich bestimmt irgendwann ändern. So, Freunde, Jalal muss hier unten zocken, weil, ja, hat keinen Ako. Wir werden jetzt ganz viel verzocken, mal gucken, was passiert. Und ich zock den ganzen Tag. Und ich mach das, weil ich's mag. Wer wird das? So, Freunde, es wird das realistische Hannover 96 gegen Liverpool. Ich bin echt gespannt. Und währenddessen werden wir halt Baba ignorieren. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, Jalal, es geht los. Wir müssen ignorieren. Ich muss verstecken. Jalal, geht jetzt 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 nicht viel. Passen, passen, passen. Jalal, du hast Jammule, du willst den Jambule, du willst den Kuchen, ey? Passen, passen. Norman, wie machst du das? Jalal, meinst du, er hat was gemerkt? Jalal, meinst du, er hat was gemerkt oder so? Ja, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey, der Kuchen. Jalal, jetzt spiel. Jalal, jetzt spiel. Okay? Müll, wir haben genug. Ey, Jalal, ich glaube, wir kriegen die richtig aufs Maul. Ich glaube, der schlägt. Ey, einer von uns muss als Erstes aufgeben. Aber weißt du was? Ich werde es nicht sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich zocke ganze Zeit. Okay, Leute, ich glaube, es wird jetzt langsam richtig ernst. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Das Ding ist, Leute, er kann diesmal nicht so ausrasten, weil wir haben auch noch so Freunde zu sein, okay? Und, äh, sing. Okay, Ami, nacht es mal auf, hört ja nicht! Tor, oh, stark, sehr gut gemacht. Sehr gut, Jalal, weiter, weiter. Wenn nicht, dann! Weiter, weiter, Jalal. Los! Um, ne? Um! Reicht nicht? Jalla, ich hab'n Muni. Ich hab'n Juchzen. Ich hab'n Juchzen. Ey, Jalal, soll ich noch einmal bleiben? Ich muss weiter zurückkommen. Na, was? Lass' los! Ah, okay. Okay, okay. Jalal, ich muss auch gehen. Ja! Jalal, ich muss auch gehen. Zwei Packung, ja? Ey, Jalal! Zwei Packung! Vergehst die Eier nicht, von 24 Uhr auf deinen Kopf! Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich wollte! Aber ich konnte nicht. Was soll ich machen? Ich zieh' immer den Kürzer. So, Mann. Ich hab' jetzt den Müll weggeschmissen. Ich bin gespannt, wie lange Jalal überlebt. Okay, Freunde, ich geh'n jetzt wieder um. Und ihr glaubt nicht, was ich sehe. Freunde, die zocken einfach zusammen. Ich bin ein Schockner. Was soll ich sagen, dass die Mülle weg ist? Ich muss gucken alleine, ohne. Jalal. Hab' ihr das gehört, Freunde? Entschuldigung, was ist hier lachen? Ich hab' gesehen, dass du gezackt! Hallo? Nein, ich helfe Ihnen! Nein, ihr habt... Also ihr habt mich verarscht. Jalal, ruf, hama'chuk, Jalal. Rechert mich, rechert mich. Du hast gezockt! Hast du Eier geholt? Nein. Hast du? Hast du nicht? Doch, doch. Lass mich ein Mal spielen mit ihm. Ah! Wie? Nein, nein, nein. Also, Freunde, ich wurde ja einfach geprankt. Mama, schau dir mit! Ja! Mama! Anderecha! Ja! Ja! Jalal, hatten wir nicht ein Spiel, was wir gespielt haben? Wer länger zockt? Ja, warum? Hast du mich dann geprankt? Lustig, ne? Sehr lustig. Beide höfst du auf! Ja! Ich mach' ein Video, damit wir zeigen, dass wir nicht spielen. Nein, nein! Wir sind liebe Leute. Ja, Freunde, das war's auch schon mit liebe Leute. Ähm, im Endeffekt hast du trotzdem gewonnen. Du kriegst aber trotzdem keine 100 Euro, weil du geschummelt hast! Richtig geschummelt? Du hast geschummelt? Du hast Bauern manipuliert? Und du hast ihnen gesagt, ja, tu mal so, als ob du extra Djamule runterschickst, damit du gewinnst. Ja, du hast mich verarscht! Du hast mich richtig verarscht! Also, Freunde, wir sind hier gerade live. Bruder, Agentin ist einfach Weltmeister. Sorry, ich hab' das Auto gelassen für dieses Video. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Messen sich auf jeden Fall jetzt einfach Europameister. Wallah! Ich komm' nicht mehr gleich. Ich komm' nicht da. Es war so ein geiles Spiel. Leute, kommentiert wieder. Glocke aktivieren. Instagram mir ein Beweisbild schicken, dass ihr die Glocke aktiviert habt. Und dann werde ich wieder drei neue Leute im nächsten YouTube-Video begrüßen. Bruder, ich wäre einfach aufregend, ich kann nicht reden. Egal, Leute, ihr wisst schon, was ich meine. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert, Leute, abonniert, 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 abonniert. Und da ist es messi, Alter. Wallah, ich bin richtig. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Ciao. 놓 creo. say habe ich mir gehört. Bis zum nächsten Mal.